Die Basic-Pop-Piano-Serie geht in die zweite Staffel als nahtlose Fortsetzung zu den Einzelvideos und ich zeige dir viele schöne Sachen, beispielsweise wie du Fallen von Alicia Keys spielen kannst und auch wie du Clocks von Coldplay spielen kannst. Und alles, was da so dazugehört, also sprich Neuakkorde, diese Sept-Akkorde, verschiedene Aufsplitter, verschiedene Betonungen, wie du das spieltechnisch gut hinkriegst mit Binden und Ablösen und Pedal und alles, was dazugehört, linke Handoktaven. Wenn du das alles lernen willst, schau dir unbedingt alle acht Folgen an und du wirst einen ganzen Schritt weiterkommen in deinem Popiano-Spiel. Bis dann.